Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video und erst einmal wünsche ich euch allen schöne Ferien. Ich habe keine Ahnung, Leute. Genießt die Zeit einfach. Genießt die Zeit. Es werden jetzt in der nächsten Zeit ein paar mehr Videos kommen. Ich werde auch öfter Livestream. Jeden Donnerstag sind wir auf jeden Fall von Donnerstag auf Freitag live. Ab 23.30 Uhr auf Twitch. Link dazu in der Beschreibung, Freunde. Dort werden wir uns immer die neuen Deutschland-Releases geben. Und ich werde die Tage auf jeden Fall nochmal einen Wer wird Millionär-Stream machen. Auf Twitch habe ich auch ultimativ Bock drauf, mit euch ein bisschen Wer wird Millionär zu spielen. Weil ich habe das Gefühl, ich bin sehr schlau manchmal und ich würde da gar nicht alles rasieren, ja. Und wir wollen die Tage auch nochmal mit Ju vielleicht und mit Max oder ein paar anderen Leuten noch Scribble spielen. Da hätte ich auch sehr Bock drauf. Muss ich noch abklären. Hätte ich aber Bock drauf. Deswegen folgt auf Twitch. Sehr gerne. Lege dazu in der Beschreibung. Jetzt haben wir von uns im Partei.TV das neue Video Quarantäne kickt. Ich bin sehr gespannt, Freunde. Wir schauen rein. Unterstützt euch Produktplatzierung. Und ich habe schon gesehen, es ist einfach auf eins in den Trends in Gaming. Was ist da schon wieder schief gelaufen, Freunde? Ich weiß es nicht. Und für alle, die noch aus irgendeinem Grund Fortnite spielen sollten oder irgendwas im Epic Game Store. Usen, Freunde. Kuss. Geht raus. Let's go. Heute ist es wieder soweit. Heute... Ich höre nichts. Ich höre nichts. So, jetzt höre ich was, Freunde. Es tut mir leid. Heute ist es wieder soweit. Heute endlich eine neue Episode von Sascha. Lies Kommentare plus Kooperation. Ich bin jung und brauche das Geld. Ich kann es verstehen. Traditionell würde ich sagen, wir haben mit dem Top-Kommentar von der letzten Episode. Let's go. Sascha, an der Stelle bin ich wieder komplett raus. Wo sind die Bitsche? Danke für den arschgeilen Top-Kommentar. Kuss. Kommt zu mir nach Hause. Ich kann nicht. Ich habe einen Dreier mit einem älteren Paar. Fängt ja wieder super an. Aber ich bin alleine zu Hause. Meine Eltern sind nicht da. Mehr Anzeigen. Oh, nein. Oh, shit. Oh, shit. Chemie lehrt mich. Mehr Anzeigen. Alkohol ist auch eine Lösung. Also, ich weiß, du hast eine Rohlechtige, aber ich habe eine, die teurer ist. Hä? Das kann sich doch gar nicht von Nico. Holy shit. Da wurde schon die ein oder andere Capri-Sonne an diesem Abend vernichtet, würde ich sagen. Also, ich weiß, du hast eine Rohlechtige, aber ich habe eine, die teurer ist. Oh, Gott. Nico war echt schon durch. Holy fuck, Alter. Holy fuck. Wie heißt Bernd das Brot auf Türkisch? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Wenn danach jetzt kein Monte Einspieler kommt, wo Monte versucht, Türkisch zu reden, bin ich enttäuscht. Mehr Anzeigen. Burak das Börek. Ich bin enttäuscht. Und auf den Schock erstmal rein in die Werbung. Mein RTL. Das heutige Gewinnspiel wird ermöglicht durch Lords Mobile. Lords Mobile. Der Link zum Gewinnspiel. Mordsgame, Freunde. Ist unten in der Beschreibung. Zu gewinnen gibt es einmal ein 350 Euro In-Game-Paket. Ich bin reich. Ein iPhone 11 Pro. Oha. Eine PS4 Pro. Oha. Und eine Switch. Danke, Mann. Jeder Download ist bedeutend. Es wird uns helfen, bis zu 50.000 US-Dollar an die Charity-Organisation Make-A-Wish zu spenden. Die Make-A-Wish-Organisation... Hä? Oha. Make-A-Wish ist sogar wirklich Ehre. Make-A-Wish ist wirklich Ehre. ...setz dich für die Erfüllung von Wünschen schwergange Kinder ein. An jeden, der dieses Spiel über den Link downloadet. Geht Kuss. Raus. Das war actually eine cool Komponition. Truppen- und Heldeninformation, um Vorteile in Schlachten zu erzielen. Einfach Mark, Digga. Nimm deine Gegner gefangen und befreie Verbündete aus dem Gefängnis. 15 Tage Knast. 23 Stunden Zelle. Bleibt drin. Ehre. Lords Mobile ist weltweit das beste Strategiespiel. Für euch. Lade Lords Mobile herunter und spiele mit 320 Millionen... Haben die auch gerundet? ...spielern weltweit. Nur durch den Download auf die Seite kannst du ein 350 Euro-Ingame-Paket, ein iPhone-App... Es sieht zwar sehr scammy aus, aber das ist eine Ehrenaktion. ...eine PS4 Pro oder einen Switch-Gewinn. Wir werden in zwei Wochen die Gewinne auswählen und euch per In-Game-E-Mail kontaktieren. Ich verpasse diese Chance nicht. Mein RTL! Das war actually cool. Was hasst Simon Ungel? Mehr Anzeigen. Über Steuerung einfügen, über Steuerung, Gruß gehen raus an Simon. Kuss. Nächstes Video bitte 180 Grad gedreht, danke. Mach mal mehr Knossi und... Ey, ich fühle das so anstrengend. Ah, das tut direkt weh in den Augen. Es tut direkt weh in den Augen. Ich weiß nicht, was es ist. Es tut direkt weh bei mir beim Hingucken. Also mehr, als es weh tun sollte, glaube ich. Ich spüre gerade wirklich physischen Schmerz. In meiner Seele. Rante Cliffs rein. Sind immer zu wenig. Warum gewinnt ein... Hallo? Hallo? Warte, wie kann man... Man konnte sein Dings drehen. Wie war das? So? Wie kann man seinen Bildschirm drehen? Man konnte seinen Bildschirm irgendwie drehen. Nummer Tennis-Spieler. Jedes Spiel. Warum weiß ich das? Wenn ich jetzt mehr Anzeigen klicken und ein Scheiß-Kommentar kommen wird. Wie er... Keinen... Satz verliert. Oh Gott, Alter. Der war ja... Ultimativ. Hallo, können wir das Video bitte wieder drehen? Wenn Juristen... Danke. Fußball spielen. Mehr Anzeigen. Sind sie dann automatisch Rechtsverteidiger? Oh ja, geh rein. Geh in den Rift. Geh rein. Komm irgendwo. Komm zu mir. Wenn das meine Fleisch essen würde, würde das nicht passieren. Top 10 Frauen, mit denen Sascha gestorben hat. Mehr Anzeigen. Denke fürs Lesen. Huch. Das gibt einen Bann. Lösch dich. Kontroll yourself. Take only what you need from it. The family of trees wanting to be haunted. Ey, actually, jetzt ist halt Papa Platz. Zählt aus den Stream, Alter. Guck ich, äh, gerade von Livestreams her am meisten. Who in Alabama? Und an der Stelle bin ich komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben. Wie oft hat Sascha sich in diesem Video umgezogen? Hä? Achtet mal drauf. Holy fuck. Wie oft hat Sascha sich in diesem Video bitte umgezogen? Er hatte erst dieses Ding an. Dann hatte er während der Werbung dieses Ding an. Okay, es war actually nur einmal. Da lassen, falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt. In den schweren Zeiten, jetzt wo zwangsweise Schulferien sind. Dann könnt ihr jetzt auch kostenfreie Info oder was? Ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns demnächst wieder, wenn es wieder heißt. Ja gut, Freunde. In dem Sinne, sei wieder schon ungeleinbar. Was? Was? Nächst wieder, wenn es wieder heißt. Ja gut, Freunde. In dem Sinne, sei wieder schon ungeleinbar. Was? Dieses Money by Joy Interview muss ich mir eigentlich auch nochmal geben. Habe ich mir noch nie komplett gegeben, Alter. Okay, Freunde. Das war tatsächlich Quarantäne kickt. Das Video von Sascha. Ähm. Ich bin... Leute, ich traue mich das gar nicht zu sagen. Aber ich bin ein bisschen krank halt, ne? Also jetzt no joke an dieser Stelle. Ich bin ein bisschen krank, Digga. Jetzt. Auf unangenehme Basis tatsächlich. Aber ich habe auch Schnupfen. Und Schnupfen ist kein Symptom von dem bösen C-Wort, was demonetarisiert wird. Deswegen. Alles clean, alles safe, Freunde. Alles easy. Ich wünsche euch eine wunderschöne Schulzeit, wollte ich gerade sagen. Eine wunderschöne Ferienzeit, ja. Genießt das. Bleibt zu Hause. Und schaut alle Flo-Do-Flo-Videos. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020